Das erste Weihnachten mit Baby Luna. Chrissy Teigen und John Legend sind große Fans des Familienfestes und können's kaum noch erwarten, erstmals mit ihrer acht Monate alten Tochter zu feiern. Eine Deko hat es dem acht Monate alten Wonneproppen ganz besonders angetan. Sie ist so into Leaves right now. So, um sie zu sehen, dass sie ein Baum oder eine Natur von irgendwelchen Formen innen sehen wird, ist es so. Wir sind sehr begeistert. Der Baum als Lunas schönstes Weihnachtsgeschenk ist das süß.